Mein Name ist Jörg Leichtfried, ich bin Jazzpianist, Komponist und Dozent für Jazzklavier an der Jam Music Lab University in Wien. Die Ausschreibung zu diesem Video heißt Keep in Kontakt. Insofern hatte ich die Idee, einen Teil meiner Arbeit zu zeigen, die bei mir immer im gemeinschaftlichen Tun entsteht. Hier war es notwendig, Wege zu finden, um trotz der räumlichen Trennung gemeinsam im Sinne von zeitgleich arbeiten zu können. Also möglichst so, wie wenn man sich in einem Raum befinden würde. Im konkreten Fall ist das eine Studioaufnahme von meinem Quartett mit Martin Harms, Tenorsaxophon, Hubert Bründlmeier, Schlagzeug, Stefan Pistabatus, Bass. Wir haben das aufgenommen im vergangenen Februar im ORF-Radio Kulturhaus. Ich möchte, wie gesagt, einen kurzen Einblick in die Schneidearbeit geben und insbesondere in die Arbeit, wie wir das mit meinem Videotechniker Jürgen Hauser gemeinsam gemacht haben. Also gemeinsam im Sinne von zeitgleich gemacht haben. Und zwar konnte ich hier seinen Desktop teilen auf meinen. Ich konnte also auf seinen PC auch zugreifen. Das hat es relativ einfach gemacht, für mich einige Marker und Schnittpunkte zu setzen. Das ist natürlich toll, wenn man nie nur Zuschauer und Berater ist, sondern auch tatsächlich aktiv in das Geschehen eingreifen kann. Mein Name ist Jürgen Hauser. Ich bin der Videotechniker für den Jörg Leichtfried. Anfang April hat der Jörg mich angerufen, um Möglichkeiten zu besprechen, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten können. An dem Schnitt für sein Musikvideo. Und letztlich haben wir uns dann entschieden für eine Software, TeamFluor. Die hat es uns ermöglicht, dass ich Bild und Ton von meinem PC teile mit dem Jörg. Somit konnte er dann von sich zu Hause aus auch zugreifen, beobachten und mitentscheiden, vor allem kreativ mitentscheiden, den Schnitt des Videos. Das hat viel, viel besser funktioniert, als wir uns das gedacht haben. Es ist sogar eigentlich ein ziemlich guter Workflow dabei entstanden. Das hat viel, viel besser funktioniert. Das hat 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 viel besser funktioniert. Vielen Dank. Ich bin der dritte. Musik 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 Musik